Hollerö und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Handpop. Ich ändere meine Strategie ein bisschen, nicht viel, aber ich will irgendwie nachts an den Strand. Ich gehe jetzt nicht direkt zu Momo und Venus, die übrigens gleichzeitig im Park sind, sondern erst mal zu Kiyo, zu mir nach Hause. Yes. Let's get it going, these broads aren't going to date themselves. Yes. I hope you've been studying, because it's time for a test. Ich studiere definitiv zu wenig Werkzeit. 364. Verdammt, 384. Na ja, nah dran. Watching Porn. Oh, like you didn't just look it up on the internet. You know what time it is? Quiz time. Quiz time. Du bist eine Sexpixie. Das war es wirklich. Momo schläft. Okay. Dann gehe ich zu Audrey. See you later, Superstar. Yes, call me Superstar. Hey. Oh, hey. Hi. Du interessierst mich nicht. Ich habe ein Foto gekriegt. Master, whatever you need, I'm here for you. I'm just happy to be able to spend time with you. Yeah. Fragwürdig. Zumal ich keinen Kaffee trinke. Okay. I want to know something. Yeah. Do you prefer girls that shave their shit? Ich bin mir nicht sicher. Ich will gar nicht. Wie rasiert man Scheiße? Honestly, I prefer a little bit of her. I don't care. It's up to her. Yeah. Pubic hair is gross. Ich vermute, sie ist so. Pubic hair is gross. Seriously? My one friend Nikki doesn't shave. It's so gross. Oh nein. Reden wir weiter. Äh. Von hinten. Ach, auf einmal. Du bist immer noch drin. Ja. Ich wünschte, ich würde es tun. Dann gehen wir jetzt zu Momo. Tschüss Audrey. Hallo Momo. Ich hab schon fünf Ferzen. Fuck. Das hab ich ja überhaupt nicht. Oh, dann hätte ich ja nachts. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war ein Fehler von mir. Ah. Wie dumm. Ah. Wie dumm. Ah. Wie dumm von mir. Dann kriegst du aber trotzdem ein Spielzeug. Really? Thank you. What did I do to deserve it? Du bist einfach da. Gut. Hast du eine Lieblingsjahreszeit? Yep. Was über dich? Was über dich? Schlafen. Schlafen. Let's play the question game. It's really fun. How many pounds do I weigh? If you remember. 52? Ne, Quatsch. Ähm. 104 dann? Hab ich das vorhin runtergerechnet? Oh, es war falsch. Nein, dann wiegst du nur 100. Wie kann ich es vergessen? Sorry. Sorry, ich bin weg. Auf zu Venus. Ich mach so viele Sachen falsch. Ich wollte auch irgendwann nachts an den Strand und jetzt hab ich nicht mal darauf geachtet. Ich mach so viele Sachen gerade falsch. Und du bist immer noch alive. Hier, du kriegst den Popas. Und das? Ja, du kriegst einfach alles. Oh. Nein, sorry. Ja. Äh, lass mal gucken. Du hast einen neuen Hearthstone gekriegt. Nämlich Ceres. Das ist zu süß für eine Göttin. You're breathtaking! Ihr wusstet alle, dass ich das sagen würde, nicht wahr? Man kann das Wort breathtaking auch nicht mehr benutzen, ohne an Keanu Reeves zu denken. Ja. Ich bin beschissen. Du magst die Hot Springs. Okay. Was noch? Ah, wer war denn das? Ist das Belly? Geburtstage merken war noch nie so mein Ding. Ähm, wie groß bist du? Five feet eight. Machst du... Arbeit? Natürlich nicht. Lass uns daten. Yes, let's leave. Äh, gilt das auch für mich? Äh, gilt das auch für mich? Mit den... Romance Tokens ein bisschen zu arbeiten. Äh, nicht Romance Tokens. Passions. Passion Tokens. Die lohnen sich jetzt nämlich langsam. Wut? Das war jetzt wirklich blöd. Da konnte ich jetzt nichts für. Oh, Mann. Irgendwie kriegst du dir? Ah, Vorsicht, nicht zu viel. Hallo, hör das da mal auf. Ich wollte insbesondere den Vierer hier nicht knacken. Jedenfalls nicht unkontrolliert. Aber viel weiter bin ich jetzt noch nicht, ne? Ah, ein Vierer. Sehr schön. Ich nehme auch gern Fünfer, aber naja, gut. Das ist ja kein Wunschkonzert, nicht wahr? Äh... Was mache ich denn schön? Ist mir noch sieben Moves. Sechs. Hm. Ich muss mir ein paar mehr Moves holen. Oh, nö. Das ist irgendwie alles nicht so... Nicht so das Wahre gerade. Ich sollte langsam die hier auflösen? Gucke, 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 gucke. Wow. Das war gut. Marvellous. Du lebst auf deiner Reputation. Oh, ja. So, noch einmal quatschen. Ich kann nicht warten, um zu hören, was du mitbekommen hast, für das. Welche Farbe habe ich mehr als jeder andere? Pearl White. Nicht wahr? Dann gehe ich jetzt. So, Momo muss ich dann am nächsten Tag nachts machen. Dann gehe ich jetzt zu. Q. Wahrscheinlich. Dich muss ich nämlich auch noch fünf bringen. Yes. Ja, ja. Du bist 110. Okay, weiter. Deine Boops sind zäh. Angeblich zu klein. Okay, weiter. Dein... Da... Du magst mein... ...Bedroom. So, oh, und dann gehe ich zurück. Zu Venus, weil es ist der nächste Tag. Ist übrigens ein Monat rum. Ich bin wieder bei eins. Kann ich hier irgendwie rumklicken eigentlich? Nö. Ah, du hast an mich gedacht. Das ist nett. Du kriegst von mir. Einen Amethysten. Eine Schüssel. Ja, das reicht erstmal. Teuer genug. Dann gibt es jetzt auch noch Terra-Hairstyle von dir. Zeig mal. Hm. Wie irdisch. So, du kriegst wieder Fortuna. Nice. Äh, du bist eine... ...Love... ...Head-Love. ...Fairy. Love Goddess natürlich. Ganz einfach. Weiter. Jessie und Belly sind... ...Orgy und Tiffany haben sich auch gesehen. Es sind wieder Aiko und Lola. Yes. Und Date. Oh, Schlittschuhfahren. Oh, ein neues Outfit. Okay, lass uns herausfinden, ob dein Dating ist so gut, als dein Skate. Ach du Scheiße. Dann kann das ja nichts werden. Was können wir denn Schönes machen? Wenn ich irgendwie... Wenn ich irgendwie... ...einen von den beiden um zwei Zeilen runterkriegen würde. Krieg ich aber nicht. Höchstens drei. Na ja, gut. Dann machen wir es so. Dann machen wir uns den noch. Und... Broken Heart Shit, be gone! Yes. Wir gehen langsam die dummen Kommentare aus. So, dann können wir den jetzt da reinwämsen. Also, eher noch ein Geschenk machen, meine ich natürlich. Dann holen wir uns da den Vierer. Und dann erhören wir mal die Anzahl der fallenden Sexuality Tokens. Von denen ich definitiv noch viel mehr brauche. Ah, hm, ah, hm. Vielleicht nutze ich schon die Glocken. Die Troy Tokens. Oder auch nicht so. Oder auch nicht so. London. Mhm, mhm, mhm. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Äh, hm, 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 hm. Da ist noch ein Vierer. Sehr gut. Ich hab noch ein paar mehr gebrochen. Okay. Ich hab noch ein paar mehr gebrochen. So, zwölf Züge noch. Es sieht noch nicht so schlecht aus. Aber... Soll der Tag nicht vor dem Abend loben. Na dann? Ja, 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 ja. Tja. Jetzt stehe ich da. Und sehe nichts. Da. Immer wieder spannend. Ich bin einfach gut im Puzzlen. Frauen lieben es. So, dann habe ich auch Venus voll. Das heißt, mit ihr kann ich auch demnächst in eine Kiste. Niki trägt, Alko trägt, Tiffany trägt nicht. Und tschüss. Es ist Afternoon. Gut, wir schlagen die Zeit tot bei... Nehmen wir wieder wen anders mal zwischendurch. Ich war schon lange nicht mehr bei Lola. Keine Ahnung. Ist übrigens schön, dass sie jetzt am Strand ist. Da will ich eigentlich nachts hin. Und tschüss, Lola. Nein, ich habe hier... Was habe ich denn? Oh my. Q introduced me to your retractable shower head. Ach so, retractable shower head. Alles klar, ich weiß schon, worauf ich... Ja, alles klar. It's magnificent. I may have no use for you after all. Okay. Hey, ja gut. Man muss sich auch untenrum sauber machen. Das ist... Klar. Ganz klar. Hi, ich bin eigentlich nur hier, um mit dir zu quatschen. Ich weiß ja nichts mehr über dich. Das Café? Du magst das Café. Weil du Kaffee magst. Weiter geht's. Was noch? Oh. Ähm. Hier. Uniform. Ja, klar. Ja, klar. Was denn? Nein. Okay. Und tschüss. Ich will zu Momo. Ich will jetzt wissen, könnte ich jetzt an den Strand? Gut, dann... Dann verschiebe ich Momo nochmal, weil Momo kann ich jeden Abend machen. Den Strand nicht zwingend. Gehe ich einmal zu Niki. Have a good evening. Danke. Werde ich haben. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm. Okay. Attempting to depart without taking a girl. Nach Hause. Dann mache ich genau das. Ich spreche nochmal vorher mit ihr. Ja, ich rufe sie am selben Tag an. So. Frag mich noch mehr. Äh. C. Frag mich noch mehr, was ich noch nicht weiß über dich. Du bist gerade mal 18. Deswegen fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schlecht. Und. Tschüss. Ich gehe jetzt zu... Wer will ich eigentlich als erstes? Das macht zuerst Momo fertig. Das klingt irgendwie komisch. Und dann mache ich Venus so in der Reihenfolge, weil Göttin letzter Auftrag. Irgendwie. Deswegen gehe ich jetzt zu Momo und mache Venus in der Nacht. Okay, cool. Das ist mein Plan. Vielleicht ich will dich morgen. Aber wenn das jetzt klappt... Halt es da. Ich glaube, du hast etwas, das mir anbelangt. Ich würde es zurückkehren. Das Gears ist ein kritischer Komponent für mein Schiff. Warum klingt ihre Stimme komisch? Irgendwie so dumpf. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie ein Alien ist, oder? Sondern eher daran, dass die Scheiße aufgenommen wurde. Aber vielleicht ist, äh, the fuck die Reaktion, die ich als erstes geben würde. Nimm es. Das nehmen wir nur Platz weg. Ich glaube, der wurde gerade ganz kurz oben eingeblendet. Das ist alles irgendwie... Nicht so. Nicht so. Nicht so das, was ich jetzt sagen würde. Ah, hier. Du bist, du bist, du bist irgendwie süß. Du bist hier gestrandet? Und das ist doof. Es ist nicht so, wie man sich jemanden will wissen. Right? Du bist nur einmal. Ja, klar. Whatever. Es ist nicht so, wie man sich jemanden will wissen. Du bist richtig. Wie würde die Kommande ever find out? All right, Ben. Du hast dir nur einen neuen Freund bekommen. Mein Name ist Celeste. Celeste. If you'd like to come and see me, try to find me later in the day. My people are nocturnal. Besides, it's too risky to be walking around in broad daylight. Cool. Dann kriegst du jetzt von mir in dieser viel zu langen... Nein, ich unterbreche diese Folge. Wie es mit Celeste weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, LeRue. Tschüss, LeRue.